Lebensjahre. Auf Urlaubsreisen war ich stets bedacht, nur einzupacken, was mir Freude macht. Den Lippenstift, den Schmuck, die Puderdose und Düpt nach Lavendel und Gerose, auch Cremeköpfen für den Tag und für die Nacht, ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Dazu die Kleider luftig, leicht und bunt, tief ausgeschnitten, einmal spitz und einmal rund und kleine Hemdchen für die Nacht, ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Heute sieht mein Kofferinhalt anders aus. Die Schönheitsmittel lasse ich jetzt zu Hause. Ab Arthrosesalbe, Brandspannwein, packe ich jetzt in den Koffer ein und wolle Kniewärme für die kalte Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Dazu Tabletten, Tropfen, Rheumamittel und gegen Kälte warme Kittel. Ein Döschen fürs Gebiss bei Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Auch Gummistrümpfe, Kuckedenz und Augensalbe, wenn's mal brennt. Die Wärmeflasche für das Bett bei Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. So hab in vielen Lebensjahren ich einen Wandel nun erfahren. Doch heute noch bin ich stets bedacht, nur einzupacken, was mich glücklich macht. Danke. Danke. Danke.